Wer ist mein nächster Patient? Schauen wir uns mal die Akte an. Ohrenreinigung, kurzer Ohrencheck, Hurtest, okay. Ja, herein. Hallo, kommen Sie ruhig rein. Genau, setzen Sie sich gerne hin, okay. Sie sind heute da für Ihre Ohrenreinigung, genau. Es ist mal wieder an der Zeit. Wir hatten auch einen Hörtest vereinbart, einen kleinen, einen kurzen, okay. Einfach nur umzuschauen, ob mit Ihrem Hören alles in Ordnung ist, genau. Sehr gut. Gut, dann wissen wir, worum es geht und können sofort loslegen, wenn Sie mögen. Kurze Frage nur, haben Sie momentan Probleme mit Ihrem Gehör? Irgendwelches Rauschen im Ohr, in den Ohren? Ungleichmäßiges Hören auf der linken oder der rechten Seite? Irgendwelche Beschwerden? Alles okay auf beiden Seiten? Okay, haben Sie dann öfter mal verstopfte Ohren oder eher tendenziell keine Probleme damit? Eigentlich nicht, aber momentan ist auf dem einen Ohr ein bisschen was, haben Sie das Gefühl? Das schauen wir uns sofort an. Da gucken wir gleich mal genauer rein, okay. Sehr gut, ja, gut. Dann ziehe ich mir erst einmal die Handschuhe an, die sterilen. Natürlich sind meine Hände auch desinfiziert. Und ich schaue mir das gleich mal genauer an. Okay. Dann sind Sie so nett und drehen sich ein wenig zu mir, okay. Dass ich einfach mal einen groben Blick hineinwerfen kann. Und das genügt meist auch schon zu sehen, ob sich genau etwas angesammelt hat im Ohr. Gut, dann schaue ich jetzt mal. Okay. Das sieht erst einmal sehr, sehr gut aus. Ich kann keine Rötungen erkennen. Kein Ohrenwachs. Sehr. Kein Ohren. Kein Eckzähl. Nichts. Es sieht wirklich sehr gesund aus. Die Farbe der Haut ist auch sehr, sehr gut. Okay, das sieht gut aus. Und ich schaue mir das andere natürlich auch an. Ist es das, von dem Sie sprachen, wo Sie etwas spüren, dass es leicht verstopft wirkt? Oder zu? Okay. Ich schaue mal. Okay. Ich schaue mal. Okay. Okay. Ah ja, okay. Hier kann ich tatsächlich ein wenig etwas erkennen. Da hat sich etwas mehr Ohrenwachs angesammelt an einer Stelle. Ja, das könnte erklären, weshalb Sie das Gefühl haben, dass das Ohr auf dieser Seite etwas zu ist. Das können wir aber sofort beheben. Ansonsten sieht die Haut ganz unauffällig, ganz normal aus. Gesund in Ihrem Ohr. Auch außen. Keine Rötung, Kratzer, Schirrfwunden, keine Eczema. Alles bestens in bester Ordnung. Also Ohrenwachs ist ganz, ganz natürlich, dass es sich sammelt. Das ist eine Art Reinigung des Ohres. Eine Art Schutzfilm, den das Ohr auch produziert. Also Sie müssen sich da überhaupt keine Gedanken machen. Und deshalb werden wir jetzt auch gleich zur Ohrenreinigung übergehen. Ich mache nur einen ganz minimalen kleinen Hörtest mit Ihnen. Dazu schließen Sie bitte kurz die Augen. Ich möchte einfach in Erfahrung bringen, ob Sie auf beiden Ohren gut hören können. Indem Sie mir sagen, ich mache ein Geräusch mit meinen Fingern. Ich reibe sie aneinander. Und Sie sagen mir, auf welcher Seite Sie dieses Krösch hören. Es kann auch sein, dass es auf beiden Seiten gleichzeitig auftritt. Also das dann ruhig sagen und nicht irritiert sein. Okay. Dann genau die Euglein schließen bitte. Los geht's. Genau, richtig. Ja, sehr gut. Und nun. Ja, auf beiden Seiten perfekt. Richtig. Ja, auf der linken Seite. Nochmal. Ja. Sehr gut. Und sagen Sie mir, bitte. Oder ab wann Sie das Geräusch nicht mehr hören. Also sagen Sie einfach jetzt. Ja, perfekt. Richtig. Noch einmal. Perfekt. Sehr gut. Also das funktioniert alles hervorragend. Sie können die Augen natürlich wieder öffnen. Perfekt. Funktioniert das Bein sehr schön. Dann gehen wir nun zum Hauptteil dieser Untersuchung über. Wir haben hier eine Lösung, eine Ohrenwachslösung. Diese werde ich nun, genau, in beide Ohren geben. Sie sagen, auf dem einen ist alles okay. Es geht trotzdem einfach um eine Reinigung. Die mache ich immer auf beiden Seiten. Und prophylaktisch. Es tut immer gut, wenn das Ohr einmal ordentlich gereinigt wurde. Genau. Deshalb gebe ich das in beide Ohren. Es ist eine sehr milde Lösung, die jedoch hochwirksam Ohrenwachs beseitigt. Sehr sanft, nicht allergieauslösend. Allergieauslösend, genau. Alles sehr gut verträglich. Okay. Dann legen wir los. Bitte einmal den Kopf etwas schräg legen. Genau. Dann tropfe ich diese Lösung jetzt erst einmal in dieses Ohr. Ja, ich kann das nachvollziehen, es ist ein bisschen unangenehm, wenn Wasser ins Ohr kommt. Aber das sollen wir natürlich auch gleich wieder raus und Flüssigkeit ins Ohr gelangt. Aber, wie gesagt, das wollen wir gleich raus, mitsamt dem, was dann auch herauskommen möchte oder muss. Und nun bitte genau in diese Richtung den Kopf schräg legen. Und keine Sorge, das kommt so schnell nicht rausgelaufen. Es ist nicht so viel. Wir brauchen von dieser Lösung nicht allzu viel. Okay, das reicht vollkommen aus. Genau, den Kopf gerne wieder gerade machen, richtig. Wir lassen das für einen ganz kleinen Moment einwirken. Okay. Sehr gut. Wie geht es Ihnen gerade? Das ist unangenehm. Keine Sorge. Sie werden gleich wieder erlöst. Ja, ich werde kurz an Ihre Ohren etwas mit diesen Pets herangehen, um überschüssige Lösungen zu entfernen, die herausläuft erst einmal. Genau. 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 Sehr gut. Und nun nehme ich diese sterilen Ohrenstäbchen, um die restliche Lösung aus Ihren Ohren herauszuholen und damit letztendlich die Reinigung abzuschließen. Ich nehme mir zwei Stücke raus für jedes Ohr. Genau, ein Ohrenstäbchen. Und nun gehe ich in Ihren Gehörgang. Nein, das wird nicht unangenehm sein, keine Sorge. Das ist wesentlich angenehmer als die Lösung ins Ohr zu träufeln. Genau, keine Sorge, es wird alles gut. Es wird Ihnen wesentlich besser danach gehen. Denn Ihr Ohrenwachs ist nun vollständig verflüssigt, aufgelöslich weiß. Es klingt nicht sehr appetitlich, aber das ist der Vorgang. Und somit kann ich es perfekt aus Ihren Ohren herausstreichen, in sanften, rotierenden Bewegungen entlang des Gehörganges, so dass wir auch wirklich alles erwischen, okay? Jetzt drehen Sie sich bitte einmal genau in diese Richtung. Und ich gehe in Ihr Ohr. ganz vorsichtig natürlich noch. Aber ich möchte in Ihrem Gehörgang nichts verletzen. Sehr, sehr gut. Jetzt noch etwas ausnahm am Ohr. Sehr schön. Das lege ich in meine kleine Schale. Ich muss sagen, da ist ordentlich was rausgekommen. Das war die Seite, auch bei der Sie die leichten Beschwerden hatten. Eine beachtliche Menge Ohrenwachs. Jetzt müsste es Ihnen schon wesentlich besser gehen. Wie geht es Ihnen? Eine Wohltat. Wie lange sind Sie damit jetzt umhergelaufen? Schon zwei Monate. Wow. Tapfer. Sehr gut. Dann haben wir das nun beseitig. Auf der anderen Seite dürfen Sie keinen zu großen Unterschied merken. Dennoch ist es ein angenehmes Gefühl. Geh nur in Ihren Kopf, bitte. Genau. In diese Richtung drehen. Okay. Sehr gut. Hier haben wir wirklich nur ganz, ganz wenig Ohrenwachs. Ganz, ganz wenig. Das streichen hier aus und außen am Gehöreingang. Wunderbar, das sieht sehr, sehr gut aus. Wunderbar, das sieht sehr, sehr gut aus. Auf beiden Seiten. Okay. Sieht gut aus. Sieht gut aus. Ja. Sehr gut. Ja. Und nochmal diese Seite. Ja. Hervorragend. Sehr schön. Ich hoffe, Sie fühlen sich jetzt wesentlich befreiter. Das ist sehr effektiv gewesen. Das freut mich wirklich sehr. Hier haben wir wirklich auch nicht viel an dem Ohrenstäbchen. Dennoch ein klein wenig. Es hat sich so oder so für Sie gelohnt. Und damit wären wir auch am Ende der Untersuchung angekommen. Gibt es noch irgendwelche Beschwerden, von denen Sie berichten möchten bezüglich Ihres Gehörs? Das ist alles sehr gut genau. Es ist schon wichtig, ja, dass Sie auch zumindest, wenn Sie sich duschen, auch den äußeren Bereich Ihres, genau, Ihre Ohren reinigen. Nicht zu scharfe Tensida, also Seifen verwenden, die Ihr Ohr unnötig austrocknen und reizen. Das sorgt nur für eine überhöhte Teigproduktion und kann dann auch zu schwarzen Mitessern am Ohr führen. Das muss nicht sein. Und ansonsten gibt es kleine Ohrenlöffelchen, die man für die Ohrreinigung intern verwenden kann. Also diese Ohrenstäbchen hier, die ich verwende, nur um die Lösung herauszuholen, bitte nicht innerlich anwenden. Und damit schieben Sie das Ohrenwachs nur noch weiter Richtung Trommelfell. Und dann verhärtet dies sich über die Zeit, kann bis zu einem richtig ausgewachsenen Steinchen werden. Was ich Ihnen empfehlen kann, sind diese Ohrenlöffel, die gibt es sehr günstig auch online zu kaufen. Und damit ganz vorsichtig hineingehen. Das ist so ein kleiner Draht, also ein harter Draht, genau. Und da gehen Sie vorsichtig rein und holen das Ohrenwachs damit heraus. Aber nur wenn Sie natürlich auch merken, dass da etwas sich festgesetzt hat. Oder Sie haben diese Pumpe, genau, mit der Sie dann Wasser einsaugen, diese Ohrenpumpe. Und dann spritzen Sie sich warmes Wasser oder Kamillenteewasser ins Ohr. Und dann kommt das Ohrenwachs auch heraus. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten, aber bitte keine Ohrenstäbchen verwenden. Genau, weil damit machen Sie es nur schlimmer, wenn Sie all dies nicht tun möchten. Das traut sich nicht jeder zu, nicht jeder möchte sich genau in den Gehörgang tief hineinbegeben. Aus Angst, sich selbst zu verletzen, schon gar nicht jemand anderem. Dann lassen Sie sich einfach wieder einen Termin in meiner Praxis geben. Und dann sehen wir uns einfach wieder und entfernen auf ganz sanfte Weise, ganz entspannt das Ohrenwachs. Und können uns auch für einen Hörtest wiedersehen, wenn Sie mögen. Wenn es eine Indikation dafür gibt natürlich, wenn Sie Beschwerden haben. Dann danke ich Ihnen vielmals, dass Sie hier waren, dass Sie zu mir in die Praxis gekommen sind. Ich hoffe, Sie haben sich wohl gefühlt. Und dann sehen wir uns wieder irgendwann, hoffentlich nicht allzu bald. Das heißt, dass Sie weiterhin gesund bleiben und kein Bedarf erst einmal besteht. Dann noch einen schönen Tag für Sie und alles, alles Gute. Tschüss. Tschüss. So, dann schließen wir das wieder. Und dann schließen wir das Gute. So, dann sind wir wieder ganz schön. So, dann schließen wir auf den опasen. So, dann lassen Sie sich jetzt einigen Bunches. Okay, das setten wir. Dann ziehe ich mir erst einmal wieder die Handschuhe aus. Okay, das ist jetzt schon wieder die Handschuhe aus. Okay, das ist jetzt schon wieder die Handschuhe aus. Die gehen in den Müll und ich desinfiziere meine Hände wieder. Und auf zum nächsten Patienten. Der Patientin, wer wird es als nächstes sein? Ok, 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 sehr gut, sehr gut.